Ja, wir dürfen gespannt sein, wie das dann morgen läuft gegen Wolfsburg und genau darum soll es jetzt gehen. Unser nächstes Spiel gegen den VfL Wolfsburg, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit Corona muss ich wirklich immer schauen, wo spielen wir eigentlich, zu Hause oder auswärts, weil es halt so unbedeutend geworden ist inzwischen, aber irgendwie schade, also dass du die Mannschaft dann auch nicht mehr unterstützen kannst, aber das ist ein anderes Thema, brauchen wir jetzt nicht noch aufmachen. Lass uns über Wolfsburg sprechen, aktuell auf Platz 3 und mitten im Kampf um die Champions League mit Frankfurt und Dortmund, also die Frankfurter haben 53 Punkte, damit einen Punkt hinter Wolfsburg und Dortmund ist ja auch noch in Schlagdistanz mit 49 Punkten, die müssen natürlich darauf hoffen, dass Wolfsburg oder Frankfurt noch ein paar Punkte liegen lässt. Wolfsburg zuletzt mit zwei Niederlagen, einmal 2 zu 3 gegen Bayern München und einmal 3 zu 4 in einem spektakulären Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das habe ich mir komplett angeschaut und es war wirklich eines der, wie man sagen, berauschendsten Spiele, die ich dieses Jahr gesehen habe, die nicht mit dem VfB zu tun hatten. So muss man es vielleicht noch einschränken, weil vom VfB haben mich einige Spiele mitgenommen, naja klar, das ist mein Lieblingsverein, aber rein was das Fußballerische angeht, war Wolfsburg gegen Frankfurt schon herausragend. Man muss sagen, also das ist schon beachtlich, dass Wolfsburg jetzt zweimal hintereinander verloren hat, denn davor hat man in 15 Bundesligaspielen Sebastian nur zweimal verloren, also das ist schon eine Ansage und was ich auch krass fand, das habe ich auch extra mal nachgeschaut, man hat jetzt sieben Gegentore bekommen, was schätzt du denn, ich hoffe du hast es nicht in unserem Sendungsskript gelesen, wie viele Gegentore, oder wie lange hat Wolfsburg gebraucht, davor um sieben Gegentore zu bekommen, bevor man jetzt an zwei Spieltagen sieben gekriegt hat? Also ich weiß, dass sie die beste oder zweit- oder drittbeste Defensive der Liga haben und ich würde sagen, sie kriegen wahrscheinlich im Schnitt pro Spiel so ein Tor, das heißt, was war jetzt die Frage? Also ich würde sagen, für sieben Gegentore haben sie vorher fünf Spiele gebraucht. Sie haben 13 Spiele gebraucht, das ist schon beachtlich gewesen, dass sie hier 13 Spiele nur sieben Gegentore kassiert haben und jetzt eben in zwei Spielen sieben Gegentore, darauf wollte ich einfach nur hinaus. Also so richtig weiß ich nicht, auf welches Wolfsburg wir jetzt hoffen dürfen oder welches Wolfsburg uns droht, also sehen wir das Wolfsburg, das relativ leicht dann auch Tore herschenkt, wie gegen Frankfurt, oder sehen wir das Wolfsburg, das davor halt viele Spiele zu Null gespielt hat? Weil normalerweise, ja, spielt Wolfsburg sehr kontrolliert, lassen wenig Chancen zu, verteidigen extrem gut, laufen hoch an, erspielen sich auf der anderen Seite selbst viele Chancen, haben ein super Pressing, bauen viele über die Mitte auf, mit Schlager und Arnold haben sie extrem passstarke Spieler im Zentrum und dazu erobern beide Spieler auch noch viele Bälle. Dann leiten sie anschließend eben die gefährlichen Angriffe ein, man hat über außen richtig starke Spieler mit Riedle Baku, Kevin Mbappu, der jetzt wegen der fünften gelben Karte fehlt, deswegen wird Baku wahrscheinlich eine Position zurückrutschen und vom rechten Mittelfeld dann auf die Rechtsverteidigerposition rutschen und auf der anderen Seite hast du halt Paolo Ottavio, der auch wegen der fünften gelben Karte fehlt und João Victor, die sehr gefährlich sind über außen, für Ottavio wird sehr wahrscheinlich Rosillon spielen, der wieder reinkommt, der ist auch gefährlich. Dann hast du im Zentrum, also im Sturmzentrum, aus meiner Sicht einen der besten Stürmer der Bundesliga mit Martin Weghorst, richtig starker Mann und zuletzt hat auch Maximilian Philipp eine aufsteigende Tendenz gezeigt, da kann man sich schon ein bisschen Sorgen machen, was da dann morgen auf uns zukommt und ich weiß nicht, ob du Wolfsburg allzu häufig verfolgt hast jetzt in der Saison, ob du noch was ergänzen kannst? Also ich kann ergänzen, dass ich sie, bevor jetzt die Spiele gegen Bayern und gegen Frankfurt kamen, sie ja ähnlich konstant wahrgenommen habe wie Union Berlin, also da sind halt wenig Ausschläge nach unten drin, also die spielen wirklich immer konstant ihr Ding runter und haben halt wenig Tage, an denen sie halt irgendwie ihre Leistung nicht bringen und dann reicht halt dann die Kaderqualität, um die meisten Spiele auch zu gewinnen. Und wir haben es ja im Hinspiel gesehen, wie unangenehm sie sind und da war der VfB ja drauf und dran, das Ding zumindest mal nicht zu verlieren. Das war doch, glaube ich, das Spiel mit dem vermeintlichen oder mit dem Strafstoß, den es noch hätte geben müssen für Nicolas Gonzalez, glaube ich, der da noch geschubst wird. Wir haben es kommentiert, das weiß ich noch. Also es gab ja diesen Schubser und ja, jetzt ist der VfB halt alles andere als in Bestbesetzung, also das wird ein ziemliches Brett, da zwar dann zu Hause, aber ja gegen eine Mannschaft wie im VfL Wolfsburg was zu holen. Ja, also die Entwicklung, die ich jetzt gesehen habe, war zu Beginn der Spielzeit, da haben sie halt oft so einen biederen Verwaltungsfußball gespielt, früh in Führung gegangen, haben das Ding dann über die Zeit gebracht, dann waren nochmal ein Konter gesetzt, aber da haben sie sich jetzt schon nochmal weiterentwickelt. Also ich finde, die sind halt wirklich über 90 Minuten extrem gefährlich und stehen natürlich auch nicht zu Unrecht auf Platz 3. Also ich sage mal so, wenn der VfB einen Unschieden holt, ist das für mich ein gefühlter Sieg. Natürlich muss man abwarten, wie das Spiel so läuft, aber mit einem Punkt kann ich sehr, sehr gut leben und um es mal direkt auf den Punkt zu bringen, ich gehe eigentlich von einer Niederlage aus und das wird wahrscheinlich so ein ekliges 2-0, vielleicht auch ein 3-0, das würde mich nicht wundern. Aber die Mannschaft, der VfB hat uns so oft überrascht, dass ich natürlich jetzt trotzdem irgendwie die Hoffnung habe, dass irgendwie eine Überraschung dann morgen passiert und der VfB vielleicht doch irgendwie einen Punkt holt. Ein Sieg wäre echt phänomenal, aber Wolfsburg ist schon eine extrem abgezockte Truppe und wir können ja auch mal auf die Spieler gucken, auf die man dann achten sollte. Natürlich die offensichtlichen, Wout Weghorst mit 19 Toren, 7 Vorlagen, das ist schon brachial, möchte ich fast schon sagen. Dazu noch Maximilian Arnold, 3 Tore und 5 Vorlagen, unheimlich wichtig im Mittelfeld. Das sind so für mich die offensichtlichen, aber dann gibt es natürlich auch noch einen Riedle Baku, den ich absolut abfeiere. Ich bin fast schon froh, oder anders, ich hätte mir gewünscht, dass Riedle Baku zu einem coolen Verein geht. Weg aus Mainz war der richtige Weg, aber nicht nach Wolfsburg, Mensch. Das ist einfach scheiße, ich mag den Spieler, aber er spielt halt immer bei Vereinen, die mir komplett Latte sind. Und jetzt ist er, wie gesagt, in Wolfsburg kam Anfang Oktober für 7 Millionen aus Mainz. Also das ist schon auch eine Ansage gewesen damals, da haben manche sich auch gewundert, dass Wolfsburg bereit ist, so viel Geld auszugeben. Aber er hat zurückgezahlt, hat bereits 6 Treffer erzielt, 4 Vorlagen geliefert, ist extrem durchsetzungsstark, trippelstark, ein super Schuss, zweikampfstark, richtig gute Tacklings. Also das ist eine absolute Granate. Dann hatte ich eigentlich noch Kevin Mbappu rausgeholt, weil mir nicht aufgefallen ist, dass der gelb gesperrt ist. Deswegen muss ich das so vielleicht ein bisschen wegschieben, aber trotzdem ein paar Sätze zu Kevin Mbappu. Der kam 2019 von den Young Boys Bern und Hütter wollte den eigentlich 2018 mit nach Frankfurt nehmen. Und nur weil sich die Young Boys damals für die Champions League qualifiziert haben, hat sich Mbappu gedacht, Mensch, dann bleibe ich im Bern. Und es hat ihm nicht geschadet, er ist noch besser geworden, extrem trippelstark, starke Zweikampfführung, gute Tacklings, gut im Luftzweikampf. Also ich bin froh, dass er jetzt nicht gegen uns spielt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass dann die rechte Seite deutlich geschwächt wird. Weil du rückst dann Baku einfach eins nach hinten und hast immer noch einen hervorragenden Rechtsverteidiger da hinten stehen. Und wen man auch erwähnen muss, ist Xaver Schlager. Der Spieler nervt mich jedes Mal, wenn ich den auf dem Platz sehe. Und genau das macht ihn so gut. Und du siehst ihn und er wirkt sehr abgeklärt und ist erst 23. Also es ist unglaublich, wie abgeklärt er auf dem Platz agiert. Und ich hätte jetzt geschätzt, dass er irgendwie 28, 29 ist. Und dann habe ich gestern mal geschaut, der ist erst 23. Also der hat auch eine große Zukunft vor sich, behaupte ich jetzt einfach mal. Kam 2019 für 15 Millionen von RB Salzburg. Eigentlich überraschend, dass er nach Wolfsburg gegangen ist. Und ja, nicht zum anderen Raba-Verein, nach Leipzig. Weil eigentlich ist das so ein Spieler, den könnte ich mir durchaus auch vorstellen im System Nagelsmann. Sehr robuster Zweikämpfer, guter Schuss, gute Übersicht, gutes Raumgefühl. Also er bringt eigentlich alles mit, was du so brauchst. Und ja, auch ein herausragender Spieler, muss man so sagen. Und wer mir auch gut gefallen hat, war Renato Steffen, der aber jetzt schon länger aufgrund einer Sprunggelenksverletzung fehlt und morgen nicht spielen wird. Und ganz ehrlich, ich bin fast schon froh. Ich habe ja auch nichts dagegen, denn ich erinnere mich an unser Fanradio in der Hinrunde. Und da haben wir, glaube ich, gefühlt drei Spieler immer für Renato Steffen gehalten. Also vielleicht war er auch drei Spieler, ich weiß es nicht. Aber gefühlt hat er jeden zweiten Ball jedenfalls bekommen. Phänomenaler Spieler. Und jetzt ist die Frage, was stellt der VfB Stuttgart dem entgegen? Weil so langsam wird es echt ein bisschen eng, obwohl wir einen sehr großen Garde haben. Muss man sich schon Gedanken machen, wie man die ganzen Ausfälle kompensiert. Also Sebastian, ich würde mal sagen, Kobel im Tor ist das, worauf wir uns direkt verständigen können. Und Anton und Kempf in der Dreierkette sind soweit auch klar. Jetzt ist die Frage, wer ersetzt Mafropanos? Also es gibt ein paar Namen, die werfe ich jetzt einfach mal rein. Kaminski ist raus, wäre natürlich auch keine direkte Option gewesen als eigentlicher linker Halbverteidiger. Aber trotzdem muss man das vielleicht kurz erwähnen. Der wurde vom Gesundheitsamt, ich weiß nicht, ob heute oder gestern, als Kontaktperson 1 eingestuft. Und muss für 14 Tage in häuslicher Quarantäne oder in häuslicher Isolation leben, weil in der Kita seines Kindes irgendwie ein Corona-Fall aufgetreten ist. Genau, ich glaube, das ändert sich ja auch tagtäglich die Bestimmung. Aber meines Wissens ist es tatsächlich so, wenn das in einer Schulklasse oder in der Kita eine mutierte Corona-Variante festgestellt wird, dann müssen halt alle Kinder in Quarantäne und auch die Familien. Und man kann sich nicht mit einem negativen Test freikaufen, nenne ich es jetzt mal. Also das ist völlig egal und man ist dann halt wirklich für 14 Tage in Quarantäne und man kann halt auch jeden Tag acht negative Tests machen. Es hilft halt nichts, man ist halt dann in Quarantäne. Ich glaube, das ändert sich, wenn man geimpft ist. Ah, okay. Aber ja, tatsächlich scheint jetzt Marcin Kaminski für die nächsten mindestens zwei Spiele mal auszufallen, obwohl er halt komplett fit ist. Das ist natürlich bitter. Ja, vermutlich sind es drei. Und das ist natürlich total bitter, halt gerade fürs nächste Spiel, wenn Mafopanus gelb gesperrt ist. Du hättest jetzt noch Stenzel als direkten Ersatz, würde ich mal sagen, für Mafopanus. Und du könntest natürlich auch Karazor nach hinten ziehen. Vorausgesetzt Castro spielt dann wieder auf der Sechs. Wie sollen wir es lösen? Ich glaube tatsächlich, die Innenverteidigung heißt... Das ist gar nicht so leicht. Ja, nein, die heißt Anton Kempf Karazor. AKK. Genau, der dann natürlich im Mittelfeld fehlt, wo er jetzt gespielt hat. Aber da haben wir ja einerseits Castro und dann natürlich noch den, ja, Lost Ahamada, der irgendwie auch noch da ist. Ganz kurz vielleicht nochmal zur rechten Halbverteidiger-Position, dass man Aydonis in Wolfsburg wieder spielen lässt. Der hat das ja schon mal gemacht. Der hat ja sein Bundesliga-Debüt gegen Wolfsburg gegeben. Damals noch unter... Nico Willig, oder? Nee, das war unter Weinzierl. War das noch Weinzierl? Ja, das war Weinzierl. Unglaublich. Also, dann kann es eigentlich nichts werden mit Aydonis. Nein, aber das ist für dich keine Option, weil der hat ja mit der ersten Mannschaft mittrainiert. Also, so eine Überraschung... Die U21 hat ja heute gewonnen, da war er nicht im... Nee, der war nicht im Kader. Der war auch nicht beim letzten Spiel am Wochenende dabei. War da eben bei der ersten Mannschaft mittrainiert und da auch wahrscheinlich dann eine Option ist. Aber so eine Überraschung, traust du Mavropanus? Mavropanus, sag ich schon. Pellegrino, Mavroparazzi. Wie auch immer. Nee, ich traue ihm alles zu und ich freue mich auch über jede Überraschung. Also, ich sehe es ähnlich wie du. Das Spiel gegen Wolfsburg wird brutal schwer. Ich rechne mir da eigentlich nichts aus. Und insofern bin ich total offen für personelle Experimente. Und wenn er einen Aydonis reinschmeißt, ist mir das recht. Wenn er einen Karasor in die Innenverteidigung bringt und dann auf der Doppelsechs dann vielleicht mit Ahamada startet, ist es mir recht. Aber wir schreiben ins Protokoll Karasor. Ja, wir müssen jetzt abstimmen halt. Also, ich glaube, Anton kämpft Karasor. Okay. Dann nehmen wir das auf und kommen zu den Sechsern. Endo ist gesetzt. Castro dann logischerweise, weil Karasor fehlt. Oder würdest du sagen, eher Ahamada? Ja, also, ich glaube, wenn es da keine atmosphärischen Störungen gibt, nachhaltiger Art und Weise, dann spielt Castro von Anfang an. Gucken wir mal, ob wir dabei bleiben. Wir müssen natürlich auch auf den Wingback-Positionen uns überlegen, was wir da so machen. Denn die rechte Wingback-Position mit Koulibaly ist, glaube ich, nicht mehr so gesetzt, wie das noch vor ein, zwei Spielen der Fall war. Hat sich da Massimo aus deiner Sicht vielleicht eine Chance verdient? Hat das gereicht gegen Berlin? Oder würdest du Stenzel noch mal einsetzen auf der Position? Ah, gute Frage. Oder doch wieder Koulibaly? Da tue ich mich auch schwer, muss ich sagen. Ja, also, ich würde Koulibaly eine Pause gönnen, weil der wirkt für mich deutlich überspielt, überfordert. Lange Saison, ich glaube, der geht einfach so ein bisschen die Puste aus. Und nach der guten Hinrunde ist er jetzt wirklich auch so ein bisschen im Formtief. Also, den würde ich gerne auf die Bank setzen. Und ja, dann, warum nicht mal Massimo? Ja, also, ich tendiere auch zu Massimo. Ich glaube aber, dass der ziemlich schlechte Karten hat gegen die Wolfsburger linke Seite. Die werden den vermutlich fertig machen, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ja, aber ich gehe auch mit Massimo, weil Koulibaly wirkt irgendwie gerade so ein Stück weit durch. Stenzel war nicht besonders gut. Da fand ich Massimo besser. Ich habe noch Tommy mal mit reingenommen, weil der theoretisch auch als rechter Wingback spielen könnte. Hat das auch ganz kurz mal gegen Union gemacht. Aber ja, ich gehe jetzt mal mit Massimo. Jetzt wird es natürlich interessant, was machen wir mit Sosa? Denn wir haben erfahren, diese leichte Kapselverletzung ist vielleicht doch nicht ganz so leicht. Denn Matarazzo meinte heute, bei ihm kann es noch die ein oder andere Woche dauern. Also, man weiß nicht so genau, wie lange er ausfällt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt gegen Wolfsburg und auch gegen RB Leipzig keine Option ist. Ja, wer spielt denn jetzt für Sosa? Schickt mal da wieder Tommy aufs Feld? Oder ist dann Cissé vielleicht mal eine Option? Schulinov oder Koulibaly, der ja durchaus auch auf links spielen kann? Puh. Also, ich sehe da tatsächlich Eric Tommy in der Pole Position für die Position als linker Wingback. Also, ich höre Clinton Mola. Trainiert der, glaube ich, auch wieder voll mit? Oder? Clinton Mola, ja. Aber ich glaube, das ist... Also, auf keinen Fall in der Startelf. Aber vielleicht sehen wir den in den nächsten zwei Spielen auch mal wieder ein paar Minuten auf dem Feld. Aber ich glaube, natürlich für die Startelf spielt er keine Rolle. Aber ich sehe da Eric Tommy. Ja, ich glaube auch, dass Matarazzo ihm vielleicht nochmal die Möglichkeit geben möchte, die durchaus guten Ansätze zu unterfüttern. Weil er sieht zwar bei beiden Gegentoren gegen Union schlecht aus. Aber, ich sage mal so, von den Wingbacks, die dann gespielt haben, war er noch mit der Beste. Also, von daher gehe ich da auch mit Tommy. Sehe ich genauso. Dann die offensiven Achterförster dürfte seine Chance genutzt haben, reinrutschen. Ja. Und dann ist halt jetzt hier wirklich die Frage. Eigentlich hat die Darwin Startelf-Einsatz nicht verdient, aus meiner Sicht. Klimowitz wirkte für mich belebender, wenn er von der Bank kommt. Und jetzt kann man sich halt wirklich überlegen, ob man nicht doch sagt, man stellt Castro neben Förster und lässt Ahamala neben Endo spielen. Ich würde, glaube ich, fast in diese Richtung tendieren. Und dann hat Förster Castro spielen. Ja, 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 ja. Sollen wir uns darauf einigen? Weil wir müssen uns jetzt immer einigen. Also, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, Daniel Didavi nochmal einen zweiten Startelf-Einsatz zu geben. Also, ich finde das immer ein bisschen schwierig, dann nach einer Halbzeit zu sagen, okay, Chance vertan. Aber so wie du es jetzt schilderst, Endo Ahamala als Doppelsechs und Förster Castro dann offensiver, das klingt gut. Ich sehe es halt so, dass du dann Castro theoretisch noch nach hinten ziehen könntest, der dann auch mal in der Defensive mehr Arbeit verrichten kann, als das ein Didavi kann. Der hat zwar auch schon gute Grätschen gezeigt, aber ja, ich würde schon sagen, dass Castro der defensiv- oder zweikampfstärkere Spieler ist im Vergleich zu Didavi. Und Förster ist für mich sowieso jemand, der da immer wieder mithilft, dann auch im Sechserraum Lücken zu schließen. Und ich glaube, ich würde Endo Ahamala Förster Castro im Zentrum aufstellen. Und vorne natürlich Kalajcic, keine Frage. Ich glaube, ich würde es so machen, Sebastian. Ja, bin ich dabei, bin ich dabei, unterschreibe ich.